Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Jagdbefehl anzunehmen bei Hochfürst Saurfang in Eschintal. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf man zu dieser Position fliegen. Solltet ihr Fliegen nicht haben, was ich allerdings bezweifle, einfach diesen Weg hier entlang erweitern oder ihr könnt auch durch die Wildnis ganz euch überlassen. Habe mich jetzt auf den Weg gemacht, da selbst mit Fliegen er ziemlich lang ist. Habe auch die 310 Prozent. Soweit ich weiß, geht es nicht schneller. Und mal schauen, was da geschieht. Ja, die Hälfte des Weges habe ich. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt. Weil je mehr Leute das Video kennen und den Kanal, umso mehr könnten euch antworten, falls ihr mal eine Frage habt. Gleich bin ich angekommen. So, Quest ist abzugeben bei Fürstin Silvanas Windläufer in Dunkelküste. An dieser Position. Karte ist noch nicht aufgedeckt, aber egal. Könnt euch ein bisschen hier orientieren. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Vielen Dank.